Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen mich heute hier schon zum dritten Mal am Podium und ich werde beim nächsten Tagesordnungspunkt sehen Sie mich auch. Das liegt daran, dass ich meinen Fraktionsvorsitzenden Jürgen Suhr heute vertreten darf. Herr Suhr ist leider erkrankt und wird diese Woche nicht kommen. Ich wünsche Ihnen von dieser Stelle aus herzliche Genesungswünsche und denke, dass Sie sich da anschließen. Wir wünschen Ihnen von hier aus allen beste Genesung. Aber so lange müssen Sie dann auch mit mir Vorlieb nehmen. Bitte daher um Verzeihung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem die Justizministerin die Gerichtsstrukturreform ohne die Einbeziehung von Expertinnen und Experten und gegen den massiven Protest der Richterinnen und Richter, aber auch gegen den Willen der Bevölkerung insgesamt durchgeboxt hatte, kam dieser Entwurf eines vierten Gesetzes zur Änderung des Landesrichtergesetzes geradezu unkontrovers daher. Ich fand das sehr angenehm. Sogar der Richterbund lobte das Gesetz und schrieb in seiner Stellungnahme, Zitat Anfang, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ein modernes und der Stellung der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte angemessenes Beteiligungsgesetz erarbeitet worden ist. Zitat Ende. Man kann sagen, die Justizministerin hat bei diesem Gesetzentwurf zur Abwechslung mal fast alles richtig gemacht, aber eben nur fast und dafür gibt es ja auch die Opposition, die hier auf die entsprechenden Stellen dann auch hinweist. In der letzten Legislaturperiode hatte der Landtag anlässlich der Novellierung des Besoldungs- und Versorgungsrechtes festgestellt, Zitat Anfang, dass das Landesrichtergesetz in Mecklenburg-Vorpommern nur schwach ausgeprägte Mitwirkungsrechte kennt und hinter dem Standard anderer Bundesländer deutlich zurückbleibt. Zitat Ende. Der Landtag hat sich dafür ausgesprochen, dass entsprechende Beteiligungsrechte für Richter- und Staatsanwaltschaftsvertretungen in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen werden und dass dies im Zusammenhang mit einer grundlegenden Modernisierung des Landesrichtergesetzes geschieht. Die Justizministerin hat dann in dieser Legislaturperiode im Einvernehmen mit dem Hauptrichterrat und Hauptstaatsanwaltsrat eine Expertenkommission eingesetzt, die den Auftrag hatte zu untersuchen, ich zitiere, in welchen Bereichen sich eine Stärkung der Beteiligungsrechte als sachlich sinnvoll erweist, welche konkreten Beteiligungstatbestände begründet und welche Art der Beteiligung gewählt werden sollen. Zitat Ende. Die Kommission hat im Dezember 2014 ihren Abschlussbericht mit zehn Empfehlungen und einem Gesetzentwurf vorgelegt. Der Gesetzentwurf der Landesregierung, den wir nun seit fast einem Jahr zur Beratung vorliegen haben, weicht allerdings in einigen nicht ganz unwesentlichen Punkten ab. Der Richterbund hat in der Sachverständigenanhörung zu dem Gesetzentwurf am 24. Februar 2016 dann auch prompt in genau diesen Punkten eine Nachbesserung empfohlen. Konkret geht es dabei um Folgendes. Erstens, § 16 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzentwurfes der Expertenkommission sah als mitbestimmungspflichtige Maßnahme die Stellenbesetzung ohne Ausschreibung vor. Dieser Mitbestimmungstatbestand ist im Gesetzentwurf der Landesregierung leider gestrichen worden. Zweitens, § 16 Absatz 5 Nummer 3 des Gesetzentwurfes der Expertenkommission sah als mitbestimmungspflichtige Maßnahme die Gestaltung der Arbeitsplätze, Zitat Anfang, einschließt der IT-Ausstattung, der wesentlichen Änderungen und der Fortentwicklung der Fachanwendungsprogramme vor. Zitat Ende. Dieser Zusatz ist im Gesetzentwurf der Landesregierung gestrichen worden. Drittens, gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 12 des Gesetzentwurfes der Expertenkommission unterlag die Planung von Neu- und Erweiterungsbauten sowie der Anmietung von Diensträumen der Mitwirkung. Auch diese Regelung wurde auf wesentliche Entscheidungen der obersten Dienstbehörde zu solchen Planungen beschränkt im Gesetzentwurf der Landesregierung. Wir grünen hätten heute hier gerne einen Gesetzentwurf zur Abstimmung vorliegen gehabt, der zumindest auch eine Mitbestimmung bei den Punkten Stellenbesetzung ohne Ausschreibung und Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten vorgesehen hätte. Erstens, freie Stellen sollten nicht ohne eine vorherige Ausschreibung gesetzt werden und wenn, dann nur unter Beteiligung des Richterrates. Die Stellenbesetzung ohne Ausschreibung sollte ein Mitbestimmungstatbestand sein. Zweitens, mitwirkungspflichtig sollen im Falle von Baumaßnahmen nicht nur die grundlegenden Entscheidungen des Justizministeriums für oder gegen eine Erweiterung oder Umgestaltung sein, sondern auch und vor allem die konkrete Umsetzung vor Ort. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Die vorliegende Reform erweitert zwar die Mitbestimmungsrechte der Richterinnen und Richter, belässt aber die Letztentscheidungskompetenz nach wie vor bei der Exekutive. Dabei wäre ein größeres Maß an Unabhängigkeit der Justiz von der Exekutive aus vielerlei Gründen wünschenswert. Jakob Nikolai, Leiter der Abteilung Zivilrecht, Öffentliches Recht und Rechtsprüfung der Justizbehörde Hamburg, formulierte das in einer Sachverständigenanhörung des Europa- und Rechtsausschusses zu diesem Gesetzentwurf so, ich zitiere ihn, Zitat Anfang, zum einen verträgt es sich schon aus abstrakter verfassungspolitischer Sicht sehr schlecht mit dem Status der Justiz als eigenständige dritte Gewalt im Staate, dass insbesondere jede Ernennung und Beförderung letzten Endes in den Händen der Exekutive liegt. Zum anderen erscheint es generell geboten, der dritten Gewalt zur Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit eine möglichst große Unabhängigkeit zu gewähren. Nur eine vom Einfluss der anderen Gewalten freie Justiz kann strukturellen Gefahren für den Rechtsstaat zuverlässig und wirkungsvoll gegenübertreten, Zitat Ende. Immerhin trägt auch eine erweiterte Mitbestimmung im Bereich der Beförderung und Einstellung zur Unabhängigkeit der Justiz bei. Insofern ist der Gesetzentwurf der Landesregierung ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem wird die richterliche Mitbestimmung in unserem Bundesland auf diese Weise zumindest den Standard anderer Bundesländer erreichen. Wir Grüne werden dem Gesetzentwurf daher zustimmen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.